Schalvea kocht. Heute? Wie schneide ich Paprika? Also, ich trenne bei Paprika, wenn ich sie schneide, immer die einzelnen Rippen ab. Beziehungsweise die einzelnen, ja wie nennt man das? Elemente von den Rippen. Es bleibt nämlich tatsächlich am Ende wirklich nur das Gestell übrig. Vom Popo der Paprika bis oben zum Kopf. Und dann ist das eigentlich relativ simpel. Es ist gut abgeschnitten. Normalerweise hat man auch keine Kerne drin. Und wenn ich dann Würfel will, dann kann ich einfach von oben durch die Haut, dann bleibt auch nichts zusammen und habe wunderschöne Würfel. Das ist eine ganz, ganz entspannte Sache. Nochmal hier ein bisschen die Länge, bisschen quer. Wunderschöne Würfelchen. Das ist wirklich super simpel. Vermeidet echt den Dreck. Und man ist relativ fix fertig. Viel Erfolg beim Nachmachen.